JET PDF ist eine KI-Anwendung, mit der die Technologie von JET GPT auf hochgeladene PDFs angewendet wird. Die Funktionsweise ist deshalb auch mit JET GPT vergleichbar. Wir können mit dem Assistenten über die PDF chatten. Auf den Text wird das Sprachmodell angewendet und dadurch werden Strukturen im Text erkannt. Zunächst bekommen wir Vorschläge für mögliche Fragen, die wir direkt über einen Klick auf den Pfeil starten können. In der Antwort wird auf die entsprechenden Passagen in der PDF verwiesen, aus denen die Antwort stammt. Der entsprechende Abschnitt wird markiert. Wir können auch selbst Fragen an die PDF formulieren. Hier ist auch die Formulierung auf Deutsch möglich. Dann bekommen wir auch deutschsprachige Antworten. Auch in diesen Antworten wird auf die entsprechenden Abschnitte in der PDF verwiesen. Mit JET PDF können wir uns das Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten erleichtern und üben. Gerade der Verweis auf die Textstellen, die relevant sind, ist hier spannend. So können wir leicht überprüfen, wie vertrauenswürdig die Aussage ist.